Das sind richtige Sommergefühle, die man hier hat. Die Sonne scheint kräftig heute. Ich werde ganz still. Ich muss halt warten. Warten auf Gordou habe ich gelesen letzte Woche und auch ein paar Inszenierungen online angeschaut. Sind doch ziemlich spannende Theatermacher unterwegs, also warten auf Gordou. Lohnt sich zu recherchieren. Das macht echt Spaß. Und Stella. Heute beschäftige ich mich mit Goethe und da lese ich erst einmal Stella und dann werde ich später etwas mehr berichten, an was ich mich alles so erinnere. In Bezug auf Stella. Stella ist ein schöner Name.